It's December 23rd, which means that Christmas is almost here. This one is called Die Heilige Nacht. Alle Menschen, die diesen Lichtschein sahen, waren zuerst wie geblendet. Als sie aufblickten, war eine große Schar von jubelnden Engeln über ihnen, die sangen Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und dann vernahmen die Menschen den Engel Gottes, der sprach And the last part of the story will follow tomorrow. Make sure to hit that follow button so that you don't miss the next part of the story.